Da sind die Dinger, das, das, ein Silikon, 4 Redstone, 1, 2, 3, 4, 1 Silikon, das, 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 Fluid wollte ich herstellen, genau, brauche ich wieder 2 Eimer, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ich brauche meinen Copper Dings und davon habe ich wieder da, so fertig, ich hoffe, das klappt auch mit Lava, oder wäre ich so happy, Fluid, was für mit Lava, das fehlt an uns, dass wir unendlich Lava in dem Tank dann haben, 1, 2, 3, ich mache eine Lava Quelle und da setze ein bisschen eine Fluid Pipe drüber, ok, funktioniert das bei dem Wasser auch? Da habe ich ja die Sink bei Wasser funktioniert das auf jeden Fall, bei einer unendlichen Wasser Quelle, machst du mir dann mal bitte so ein Reinforced Circuit Board fertig? Ein was bitte? Was aus Eisen, Redstone machst du in dem Ding dort, wo du gerade drin warst? Das aus Eisen? Ja, drei Eisen sind schon drin in dem Teil, also. Dann teste ich das dann hier gleich mal. Unten das, in die Ecken das, da die 2 Eimer, dort das, dort das, das, ähh, lol. Kannst du mal Wasser rein kippen, ich habe gerade keinen Eimer. Ähhh. In meinem ist Lava drin. Das, was, was. Kriongert. Kriegst du mal eine Karotte zum Essen? Wow, ich habe erst mal genug auch fertiges essen schon ach da fehlt redstone endlich so kommen wir gucken ob das geht sonst noch unendlich lava fabrikator uns müssten wir den bauen da brauche ich magma cream und plastik aber gut plastik schnell hergestellt so jetzt da kommt die laba hin da kommt das hin das der tag scheiße hast du noch so eine pipe oder hast du schon alle verballert ach so ne pipes habe ich noch 62 stück kannst du mir mal eine geben wo auch immer du kannst liegt bei der leiter was machst du da oben mich erweitern ich habe nein es geht ach warte mal ich muss doch dort auch so ein ding reinhauen gott von welcher mod war das extra utilities extra ich will keine scheiß bien haben da muss doch noch so ein dingsbums rein jetzt extra willst du mich jetzt verarschen extra utilities wieso findet er unter extra und nix doch 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 sonst könnte man die pipes nicht bauen aber unter et ut findet da was das ist so dämlich upgrade so hier gibt es im übrigen auch tanks namens drum ja ja brauche ich jetzt upgrade speed teil was kostet mich denn ein golden lasso auch ist ja easy ein glaskutter ok oh gott was musste ich da jetzt reinhauen upgrade mining upgrade stack upgrade speed das musste ich da reinmachen upgrade speed ultimate max upgrades 64 level 1 plus 1 gp 8 du heimatland magical boomerang war das nicht der mit dem man bedrock zerstören konnte ich weiß was ich mit demnächst noch mache ein kikoku dann musst du vor mir weg rennen das ding one hittet alles one hittet dich selbst wenn du im crea bist ok deswegen ist der bei vielen mod packs verboten ich glaube dass wir nicht verboten ist sein nicht aber das rezept an sich ist schon so krass dass du nach der hälfte kein bock mehr hast du nämlich wirklich jedes einzelne chor hier herstellen das opium core jedes einzelne bis zum letzten und das doppelt dreifach und vierfach so dann machen wir jetzt mal das redstone block upgrade base wir haben kein resonator der ist aber auch irgendwo eine quest und zwar digital style genau der kostet mich obsidian quartz enriched iron und resonant redstone crystal wir brauchen dazu sludge molten lumium kannst du vergessen ich glaube mit sludge hatte ich beim anderen mal aufgehört nee kannst du vergessen also laba müssen wir so immer nachfüllen und da weiß ich auch für was wir den anderen tank hier benutzen da kommt ab sofort die laba rein denn das lustige ist den kannst du abbauen runter gehen laba fahren und dann gehst du wieder hoch mit dem ding ja gut den hier kriege ich nicht mehr leer der kann weg aber für was brauchte ich jetzt die laba stro jeden rot oder 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 ich Ich brauche 2 Extractor. Alter Mann! Das wird nicht besser. Die Schonzeit ist echt vorbei. Ich versuche jetzt auf den Advanced Tickering zu gehen, damit wir einen Hammer herstellen können. Und eine Matterhawk und alles. Und eine Schaufel, die auch 3x3 abbaut. Macht sich hier wie das hässliche Kies am besten. Ich hoffe, das ist genau der, den wir brauchen. Ja, das ist der, der so schön ist. Hast du den? Ne, da ist doch der Advanced Machine Frame. Ne, den habe ich nicht verbraucht. Den verbrauche ich jetzt. 2 Extractor. Ich muss wieder Elektron-Zirkuid herstellen. Silikon, Redstone, Copper, Gold. Ich brauche aber nur 1 erstmal. Silikon, Redstone, Gold. Kupfer. Und was kommt in die Mitte? In die Mitte kommt eine Reforce-Platte. Habe ich alles. Silikon, das, das, das. Und die Platten hatte ich noch. Hä? Hä? Was hä? Wo sind denn die ganzen Enriched-Iron-Platten hin? Enriched-Iron-Platten? Was für Iron-Platten? Hä? Ich hatte doch übelst viele hergestellt. Ich habe keine verbraucht. Keine verwendet sogar. Warum auch? Stil-Fans. Hä? Hier hinten sind so Unig drinnen. Das kann doch jetzt nicht wahr sein. Ich habe doch niemals 16 Stück verbraucht. 16 Stück ist nicht viel, Alk. Aber trotzdem, ich habe doch niemals 16 Stück verbraucht. Aber trotzdem habe ich nicht Advanced-Aloid-Platte und Carbon-Platte. Hat sich erledigt, die Quest. Aber trotzdem sind die Platten weg und das kann nicht sein. Bestabil' mal, wie die aussehen, damit die, äh, wie die heißen. Ähm. Warte. Vielleicht die unteren wünschen. Ich finde. Nichts finde. Mann, wo ist denn das Kack-Rezept hier? Äh, ne. Reinf-Refined Iron-Plates. Davon hat es vorhin noch 11 Stück gesehen, bevor ich das letzte Rezept hergestellt habe. Nö, die habe ich nicht verwendet. Ich musste ja mir selbst die vier herstellen. Leider keine Ahnung. Sicher, dass der den nicht hier einfach irgendwo reingepackt ist, auszusehen? Nö. Ja, keine Ahnung. Ich muss wieder das hier machen. Hm. 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 Wierd. Okay. Okay. So, so habe ich das. Oh Mann, so ist jetzt schon wieder dieser beschissene Punkt. Da. Eins, zwei, drei. Okay. Okay. Brutze, Brutze, die Brutze. Das, das und das. Brauche ich Redstone. So. Brauche ich noch ein so ein Teil. Hammer, Hammer. Nickel und das. Wie viel brauche ich davon? Und jetzt noch High Voltage Coil Block. Stahl und Aluminium. Mach das aber nicht unordentlich da oben. Ich bin grad nicht oben. Sag mal. Wo ist das scheiß Aluminium? Da oben. Ähm, zweite Zahl, drittes von links. Da, eins, zwei, drei, vier. Hier. Wo ist das? Jetzt, äh. Das und das. Sticksmauchig. Das ist das. Sticksmauchig. Oh, da mach ich das halt per Hand rein. Meine Fresse. Ich frag mich, was du hast. Der Mining Drill geht hoch. Nein, nicht, 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 nicht. Der ist hier drin für dich. Willst du mich verarschen? Vorhin hast du noch rumgemeckert, du machst es keinen. Und dann hab ich dir nachgesagt, hier ist er drin für dich. Und jetzt auch immer hast du fertig, wo ich die Sachen schon hergestellt hab. Wie lange hast du... Schau auch in der Folge nach. Ich hab dir gesagt, ich hab ihn endlich für dich, der ist hier drin. Und lädt auf. Schau. 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 Es ist echt immer dasselbe. Da brauche ich noch. Redstone. So. Zwei, vier, fünf. Zwei, fünf. Speed. Zwei, fünf. Enderium. So, was? Ja, Zeit dran. Oh, das ist schon so. Hätte ich mir echt jetzt nicht so vorgekommen, dass es schon so spät ist. Titanium. Ach stimmt, dafür braucht man ja das. Irgendwas wollte ich schon die ganze Zeit mit Titanium machen, aber... Ich will es auch was. Ach ja. Das Drillspeed. Genau. Zweites Speed Upgrade. Drittes ist astronomisch. Signalum. Ach du schaust jetzt auch da nach den Upgrades. Okay. Warum soll ich ohne Upgrades rumrennen? Du kannst nur das 3er und das erste Speed Upgrade machen. Hä, was für ein 3er. Die mit der 3. Drauf. Weining atmet. Was ist das? Das du 3x3 abbaust. So baust du jetzt wie eine Pick-Up. Wow. Wow, dann wäre das eigentlich sinnlos gewesen bis jetzt. Ein, zwei, drei, vier... Na der hat Drill. Ja der ist wirklich, ja. Das 5er Upgrade, das haben sie leider gesperrt. Sonst könnt ihr da auch 5x5 abbauen. Nein, die was lautet ein bisschen. Dealsheet bitte. Ich habe immer wieder Geld. Das und Arminiumplatten. Wo ist das schon wieder, hm? Nein, 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 nein. 4. Haben die Villager eigentlich Brot jetzt mittlerweile? Ja, 10 Stück. Ob sie da auch sowas machen, keine Ahnung. Brauche ich noch dieses Diamant-Dinger. Die Erlteile. Das ist alles. Das, das und das. Das. Small Pipes. Hatte ich den nicht schon gemacht? Ach, das war da, wo ich stehen geblieben bin. Genau. Ne, warte mal. Hä? Das ist doch easy. Ach, das Basic Machine Frame fehlt. Genau. 26 Minuten, ja gut. Ich glaube sogar noch hin. Was ich mich gerade frage... Können wir nicht schon lange dieses Tool-Stage machen? Nein, da brauchst du ganz komisches Zeug dafür. War das nicht einfach ein normales Stahl? Nein. Weil sonst wäre es sinnlos, dass du jetzt einen Drill machst. Darauf war ich so. Ja. Äh, da. Ich krieg das hier noch hin. Das Hammer. Das... Das... Das und die Platten. Komm, 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 komm. Nice. Fertig. Und... Äh... Äh... Jetzt... Wollte ich schon sagen... Oh, ja. So. Und dann beim nächsten Mal geht's. Das Umbauen hier drinnen los. Das komplette Umbauen. Eben.